So, du weißt noch, ähm, du musst zum Friesenplatz gehen, ne? Weißt du noch? Da vorne ist zum Friesenplatz. Das Brudersplatz ist drauf. Nein, jetzt über den Brudersplatz. Aber du musst zum Friesenplatz drüber gehen. Und da fällt die Bahn nach Bockelmünd. Weißt du noch? Jetzt komm mal her. Du musst gar nichts durchgehen, weißt du noch? Du musst doch was sagen. Es lässt sich nicht. Komm, wir gehen noch zum McDonalds drüber. Da ist lecker warm und komm, Tim und Kölsch, McDonalds. Nein, nur ich muss zum Friesenplatz. Ja, der Friesenplatz ist da vorne. Guck mal, folg mal mein Finger. Hier ist da, da ist Rudolfplatz. Weißt du dir jetzt? Da ist Rudolfplatz, aber da ist da. Ja, lass uns an, aber ich singen. Ja, ich... Ja, komm, Ali. Was? Komm, wir singen erst mal was Schönes. Nee. Komm. Ja, wenn es grümmt, komm, kurz zu sehen. Da stammt mal Parat und mal Dreck in euch die Stadt. Und jeder hat gesagt, Girl, I love, I love. Was? Guck mal. Wie heißt du eigentlich? Ich bin der Keil. Es nervt, liebe Lein. Ich muss das da friessen. Aber du hast doch die Orten hier. Da ist Karneval, ähm, Köln und hier so, ne? Ja, so ist nicht der Frumpel. Ja, ist vorbei. Ich weiß. Unsere Schüsseln. Was? Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was irgendein Mann von mir will, aber irgendwas Böses, immer Böses. Ja, der hat die Rösten Schüsseln. So, klar, wir gehen jetzt mal zu McDonalds rein und holen wir mal zu essen, lecker und Kölsch. Nein, ich fahr jetzt nach Hause. Ich so wie essen Kölsch bei McDonalds. Ja, sehr gut. Wir hören mal, Willi, Willi, gib mal die Hand her. Wie heißt du nochmal Willi? Du hast dich gar nicht Willi, ne? Horst. Horst, Horst, gib mal die Hand her. So, Horst. Liebe Lein. Horst, man sieht dich. Halt mich fest, jetzt fall ich um. Nein, ist echt, soll ich dich festhalten? Nein, ist okay. Warum sagst du mal? Man soll nicht lügen, vor allem, wenn du bist tot, dann auch nicht mehr lügen, ne? Also Willi, Willi, äh, Horst, mach's gut. Ist ja sehr gut. Horst, link dran, da krömmelst du, geht ab dem 11.11. wieder, man sieht dich. Tschüss. Jetzt. Nein, Gott, wie kann man nur so besoffen sein? Schau, als geht's mich damit. Und wie lecker ist, soll ich damit.